moin youtube was geht ab mein name ist jay und heute sprechen wir ein bisschen über die ja relativ unbekannte substanz die sehr säure amit auch genannt lsa ihr hattet ja die möglichkeit auf instagram abzustimmen was das nächste story thema sein wird solche abfragen kommen auch zukünftig immer immer häufiger also folgt auf jeden fall auf instagram rein ich blende euch hier nochmal die abfrage ein das ergebnis und auch die anderen substanzen die werden natürlich auch in zukünftigen wie das behandelt aber eben erst mal heute zu lsa und ich denke die ein oder anderen können sich schon ja anhand des namens ableiten die substanz lsa wirkt ähnlich wie lsd oder auch ähnlich wie psilocybin zum beispiel allerdings weniger halluzinogen sondern mehr ebenso meint trip mäßig also dass man ja eher verspulte gedanken hat und im kopf quasi den trip erlebt als dass man irgendwie halluzinationen hat genau und das war eigentlich oder ist eigentlich das wichtigste zur substanz an sich sie ist legal und kommt quasi nur in einer einzigen pflanze vor und das ist die sogenannte hawaiianische baby holzhrose und auch nicht in der gesamten pflanze sondern tatsächlich bloß in den samen wie es genau und damit würde ich eigentlich auch schon ja quasi in die stories starten und wo fange ich am besten an also ich hatte irgendwie ich weiß gar nicht ich irgendein forum oder irgendwo im internet bin ich quasi auf lsa aufmerksam geworden und da ich zum zeitpunkt erst oder ausschließlich eigentlich mit dpa erfahrungen hatte was jetzt halluzination angeht aber mit keiner anderen substanz und ja ich wollte generell lsd auch mal unbedingt ausprobieren damals zu dem zeitpunkt hatte ich eben noch kein plug dafür noch keine möglichkeit und da erschien mir eigentlich lsa als relativ interessante oder gute alternative an der stelle muss ich natürlich auch noch mal sagen nimmt keine substanzen egal ob sie legal oder illegal sind nur weil lsa in dem fall legal ist weil es quasi einfach nur samen sind für eine pflanze heißt es noch lange nicht dass man es einfach nehmen kann und es ungefährlich ist also passt auf jeden fall auf nimmt so eine scheiße nicht und damit kann ich jetzt wieder entspannter direkt weitermachen mit der story also ich habe mir damals quasi ja lsa samen ich glaube im internet oder sowas bestellt einfach nur weil ich interesse hatte und gucken wollte wie die einfach mal wirken und ja das hat keine ahnung zwei drei tage gedauert und ich hatte die auch schon im briefkasten also alles easy wie gesagt so auch einfach ganz normale samen halt und das besondere allerdings daran ist wenn man die konsumieren will muss man die vorher enthülsen also da ist so eine hülle quasi um den samen drum wenn man die einfach so konsumieren würde jetzt schlucken kauen essen oder irgendwas dann geht ein großteil der wirkung hat einfach nicht in den körper durch diese hülle also vorher muss man die messer oder so ein schritt halt mehr von der hülle befreien und dann gibt es dann noch so eine weiße schicht quasi zwischen hülle und eigentlichen samen die sollte man auch so gut es geht entfernen weil die auch hauptsächlich für die bekannte übelkeit eben bei lsa zuständig ist und ja so gut wie jeden den ich kenne der lsa schon genommen hat der musste davon kotzen also von daher ist ja schon mal das als info quasi ich hatte dann irgendwann die samen bei mir ich habe keine ahnung mehr wie viel es waren also ich hatte ungefähr so zwei drei trips zu versuche daheim gestartet alleine und die haben alle nicht gewirkt also bei zwei musste ich mich übergeben ziemlich kurz nachdem ich die samen gegessen habe und daher war die wirkung eigentlich dann sowieso aus dem körper raus und beim allerersten mal muss ich sagen habe ich gar nichts gemerkt also die ersten versuche waren tatsächlich sehr sehr ernüchternd und ja haben eigentlich zu gar nichts geführt sag ich mal bis dann zu meinem letzten lsa trip da ich eben durch die vorangegangenen versuche nicht mehr allzu viele samen bei mir hatte hat maximal noch für ein trip gereicht und den wollte ich mir tatsächlich in einer sehr ungewöhnlichen situation gönnen ihr erfährt gleich warum und das war auch dann tatsächlich der trip von dem ich am meisten gemerkt habe und ja sozusagen der hauptteil der story und zwar hat sich das ganze an einem geburtstag oder auf einer geburtstagsfeier abgespielt die geburtstagsfeier war von meinem älteren den kennt vielleicht noch der eine oder andere aus meiner ich glaube die erste nicht doch nicht die zweite story allgemein auf diesem kanal wie es darum ging als ich das erste mal cannabis geraucht habe also das erste mal von einem joint gezogen habe verlinke ich euch auf jeden fall noch mal bei dem i oben könnt ihr euch reinziehen wer die noch nicht kennt aber das ist glaube ich mit die bekannteste und beliebteste folge auf dem kanal danke an der stelle auf jeden fall und es war genau seine geburtstagsfeier allerdings war das jetzt keine geburtstagsfeier dem sinne dass jetzt da viele kollegen in unserem alter waren und man halt einfach chillen konnte und trinken konnte und so sondern es war halt eher ja so eine klassische family geburtstagsfeier i don't know also kennen wahrscheinlich die meisten von euch wo ja onkel tanten coussars kousinen großeltern und so weiter und so fort ja zu besuch kommen dann und dann keine ahnung meistens kaffee und kuchen gegessen wird dann noch zu abend und ja über familien stuff halt geredet wird also eigentlichen extrem ungünstige ungünstige situation lsa auszuprobieren das ding war bei mir halt ich war sehr enttäuscht von der substanz zu dem zeitpunkt weil die trips davor halt einfach wie bereits erwähnt negativ waren also entweder ich musste mich übergeben oder ich habe halt gar nichts gemerkt und das obwohl ich mich ungefähr an eher höheren dosen sogar orientiert habe ähm wie gesagt man kann es schlecht ähm ja im milligramm bereich dosieren weil es halt einfach eine pflanze ist und ich hatte sowieso nicht mehr viele also ich dachte mir halt eh da passiert halt safe nichts oder oder nicht viel halt und ja so kam es dass ich eben mit meinen eltern und mit meinem bruder meiner familie eben zu meinem kursar gefahren sind da wo halt die feier dann auch ja stattfinden sollte und ich habe tatsächlich daheim schon die samen quasi vorbereitet und und ähm ja somit überhaupt konsumierbar gemacht und dann so einen kleinen baggie mitgenommen so dann sind wir angekommen und dann war halt erstmal dieses klassische familien ja gedönst dass man sich begrüßt ähm ein bisschen small talk führt dann gab es noch kaffee und kuchen und dann bin ich halt irgendwann aufs klo gegangen so ähm ja die samen zu schlucken ähm wie gesagt ich hatte nicht mehr so viele kann auch heutzutage also jetzt nach zehn jahren nicht mehr genau ähm sagen wie viele ich damals genommen habe es hat auf jeden fall am schluss dann äh deutlich gereicht das kann ich euch versprechen an der stelle und ja es war erstmal relativ entspannt ich habe die eben äh konsumiert bin dann wieder zurück äh hab dann noch einen kaffee getrunken oder so und ja mit der familie eben so gesocialized ein bisschen gequatscht ein bisschen ähm scherze gemacht solche sachen halt erzählt was aktuell abgeht und so ein stuff halt und irgendwann bin ich dann mit meinem Cousin ähm hoch zu ihm und hab halt äh mit ihm dann so ein bisschen gezockt das war immer das coole dran dass man halt ähm Cousins Cousinen ungefähr dem gleichen Alter hatte dadurch konnte man sich dann immer bei so Familienfeiern abseilen und ja halt irgendwie Games zocken oder irgendwas unternehmen dann und nicht den ganzen Tag halt nur beisammen hocken so ähm also da bin ich persönlich auch gar nicht der Typ für für so klassische Familienfeiern und ja sonst da fällt ähm genau also wir sind irgendwann hoch und haben haben dann gezockt haben dann gechillt war eigentlich ganz nice und ich hab dann irgendwann keine Ahnung so eine halbe dreiviertel Stunde später langsam gemerkt ähm dass irgendwas passiert äh es hat sich zuallererst in einer Euphorie ähm ausgeübt gepaart mit einer Übelkeit also mir war wieder von Anfang an ein bisschen schlecht und ja so ein bisschen flau im Magen und ich war aber trotzdem so ein bisschen euphorisch und ähm ich hab's dann gemerkt beim Zocken dass ich ähm das Gefühl hatte dass meine Sicht ein bisschen verlangsamter ist also wenn ich nach links oder rechts schau oder mich auf irgendwas fokussiert dass das einfach alles halt ein bisschen entschleunigt ist ein bisschen äh smoother ja funktioniert also das waren so die ersten Effekte aber ich hab mir zu dem Zeitpunkt noch nicht viel dabei gedacht eigentlich also ich bin dann auch keine Ahnung nach einer halben dreiviertel Stunde Zocken äh dann wieder runter zu der Family ähm ich glaub ich hab noch einen Kuchen oder sowas gegessen und das hat sich dann so ein bisschen als Fehler herausgestellt ich hab dann ziemlich schnell festgestellt dass ich doch sehr drauf schon bin also ich war unten gehockt und hab halt so ein kleines Stück Kuchen gegessen und hab äh gemerkt wie die ganzen Gespräche von den von der ja ganzen Familien Dudes halt äh immer lauter wurde und durcheinander also ich hab äh irgendwie gefühlt war ich hoch sensibel in dem Moment auf ähm akustische äh Signale oder auch auf ähm ja allgemein Menschen also auf hastige Bewegungen und mir hat dann echt also ich hab kurze Zeit gedacht boah ich ähm also das endet jetzt oder geht in Richtung Bad Trip oder sowas ähm aber ich konnte es noch handeln also ich hab echt dann auch in die Augen von den Leuten geschaut und dann dieses klassische ähm verkropft sein auf Asset vielleicht kennen es manche dass man halt zu viel rein interpretiert in die Blicke anderer oder in die Gestik oder ähm ja dann eben in die Lautstärke in das was gesagt wird und ja hab das so leichte Paranoias dann bekommen eben genau von diesem Zustand und es war jetzt nicht so dass ich irgendwelche Hallos geschoben hab sondern echt bloß diese diese Gedanken die mich da ja verängstigt haben und ich hab dann die Kuchen relativ schnell aufgegessen und bin dann erstmal wieder ins Bad gegangen ich bin also so ja Alibi halber aufs Klo gegangen dann und in Wirklichkeit bin ich natürlich straight up direkt hoch zu meinem Cousin hab dem dann auch alles erzählt also dass ich quasi LSA getaked hab hab ihm auch kurz erzählt was das überhaupt ist und hab halt gemeint so ja dass das jetzt anfängt und ich bisher noch nie so ja so viel gemerkt hab also diese diese paranoia die da aufkam war jetzt auch sehr sehr intensiv für mich und ich musste einfach halt aus der Situation raus vor allem weil ich wusste dass es jetzt wenn dann erst anfängt und und hatte ja eigentlich gar keinen referenzwert also ich wusste gar nicht wie krass es sein kann wird und hatte deswegen übelste panik dass ich quasi auffliege und genau dann habe ich mit ihm kurz gequatscht so er konnte mich noch ein bisschen beruhigen und hat dann gemeint von wegen ja easy kein stress so er checkt runter holt quasi den Hund also mein Cousar hat halt oder die Family von ihm hat halt einen Hund also auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt gehabt und dann hieß es so ja dass wir halt quasi spazieren gehen ich soll in der Zeit erst beim Zimmer warten so er holt den und so sagt Bescheid und dann soll ich runter kommen und dann ja checken wir halt straight raus so ohne dass ich dann noch mal irgendwie begegnen muss oder sowas und das haben wir dann auch gemacht das war auch tatsächlich die Rettung wir hatten sogar was zu trinken dabei so ein bisschen und ja wir wussten ja auch nicht wirklich wie lange es jetzt quasi dauert das Gute war der Hund war relativ groß und das war jetzt auch nicht unüblich dass man mal so ein zwei Stunden quasi spazieren ist mit dem Hund ihr müsst auch dazu wissen mein Cousin oder als ich schon also ich wohne ja schon in einem Dorf quasi oder Kleinstadt keine Ahnung aber die wohnen halt wirklich in einem Dorf also da sind keine Ahnung 100 Häuser wenn es hochkommt außenrum nur Wald und ja also von daher auch geile Location um draußen spazieren zu gehen und ein bisschen zu chillen und das haben wir dann auch gemacht zu der Zeit haben wir ja beide also mein Cousin auch und ich sowieso Zigaretten geraucht also haben wir dann erstmal eine geraucht sind ein bisschen rumgelaufen und dann hat sich meine Paranoia auch ziemlich schnell gesenkt und ich muss sagen ab dem Moment wo man dann draußen war sind dann auch keine Ahnung nach 4-5 Minuten bereits mitten im Wald gestanden auf so Waldwegen hat die Wirkung richtig angefangen und auch echt positiv ja wie gesagt ich hatte davor noch nie eine wirkliche Wirkung davon und noch nie vorher LSD oder sowas konsumiert ja von daher war ich extrem überwältigt erstmal ja einfach von diesem Körperfeeling auch von diesem leichten Morphen so wie man es kennt dass ich hatte so ganz ganz leichte Optik so dass sich keine Ahnung die Grashalme ineinander verworren haben so ein bisschen die Konturen verschwommen sind Baumrinde sehr sehr gestochen scharf aussah also schon fast wie gezeichnet so scharf also ja die Leute die mit Halluzinogenen zu tun haben oder Erfahrung haben wissen auf jeden Fall was ich meine und die Wirkung kam so voll raus also mir ging es auch ultra gut ich hatte zwar die ganze Zeit trotzdem so ein bisschen Bauch Schmerzen beziehungsweise einfach eine kleine Übelkeit die habe ich aber meistens sobald es aufkam oder schlimmer wurde eben weggetrunken und ja so konnte ich das Ganze eigentlich ganz gut handeln wir sind dann keine Ahnung so eine Stunde zwei durch den Wald gelaufen noch haben uns ordentlich Zeit gelassen haben auch über alles mögliche gequatscht er hat auf jeden Fall oft auch nachgefragt wie es sich überhaupt anfühlt weil mein Cousin zu dem Zeitpunkt oder ich glaube auch allgemein außer Cannabis und vielleicht mal Speed oder sowas nie irgendwas anderes probiert soweit ich weiß und ja deswegen war das natürlich auch ein Dauerthema bei uns quasi wie es wirkt was ich sehe und so allerdings war es wie gesagt ist es nicht wie Pilze oder Acid dass man sehr viele Hallos hatte nur sehr dezent und ich hatte aber auch sehr viele Gedanken also ich war teilweise bin ich rumgelaufen so richtig tagträumerisch und ich habe in Erinnerung geschwebt aber ja kann davon jetzt sage ich auch mal nichts mehr so detailliert weiter oder wieder geben und an der Stelle war eigentlich nur zu sagen dass wir ewig rumgelaufen sind und irgendwann gab es dann noch mal so eine schlechte stimmung oder schlechter vibe beim trip und zwar wurde mir aus irgendeinem grund extrem schlecht plötzlich und es hat ungefähr 10-15 minuten gedauert bis ich dann tatsächlich kotzen musste währenddessen hatte ich die ganze letzte immer 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 schlimmer werdende übelkeit also das war gar nicht schön also ich bin zwar auch schon bei pilzen also magic mushrooms sehr empfindlich was was die übelkeit angeht aber bei lsa war es noch mal deutlich schlimmer und ja deswegen habe ich auch spoiler an der stelle die substanz danach kein einziges mal mehr bestellt oder konsumiert weil es mir das nicht wert war und wenn ich irgendwie sowas erleben will dann ja keine ahnung dann organisiere ich mir halt asset oder so genau aber sowas brauche ich nicht ich mag kotzen allgemein nicht und ja an dem tag musste ich dann mich übergeben sogar zweimal und war auf jeden fall nicht schön das hat auch den trip danach so ein bisschen verschlechtert sag ich mal also wir sind dann noch bisschen rumgelaufen aber ja es war dann allgemein eher so eine bedrückende Stimmung bei mir also in mir drin irgendwie und ja ich hab dann auch viel weniger gesprochen seitdem also seit dem mal wo ich mich übergeben hab und war halt einfach eher ja k.o. und fertig von dem trip oder ja durch mit dem trip eigentlich genau und dann muss ich an der stelle sogar sagen gab es eigentlich gar nichts spannendes mehr wir sind dann irgendwann zurückgekommen die wirkung hat dann auch schon wieder nachgelassen also ihr müsst wissen LSA wirkt so I don't know 4 bis maximal 6 Stunden also maximal aber wahrscheinlich eher weniger und ja ich war dann relativ normal wieder man hat es mir auch nicht angesehen dass ich mich übergeben musste also es war dann alles echt easy wir haben dann noch zusammen Abend gegessen mit der Family das ging eigentlich soweit auch noch alles klar konnte so ein bisschen an Gesprächen teilhaben aber war natürlich im Kopf immer noch bei der Erfahrung die ich gerade gemacht habe es war ja schließlich der erste wirkliche Rausch mit LSA mit der hawaiianischen Babyholzrose und da ist es natürlich extrem wichtig sowas erstmal zu verarbeiten und ja das habe ich an dem Abend noch gemacht war ein bisschen für mich und war alles in allem trotzdem eine interessante Erfahrung ich rate sowieso euch davon ab also macht sowas nicht aber auch ja insgesamt zu mir selbst muss ich so ehrlich sein und sagen das lohnt sich wirklich nicht wenn man irgendwie ähnliche Erfahrungen haben will dann kann man andere Mittel die bekömmlicher sind konsumieren und was das angeht lohnt sich LSA einfach gar nicht es ist trotzdem relativ spannend gewesen und mich würde es an der Stelle natürlich interessieren ja was ihr davon hält ob ihr schon mal Erfahrungen mit LSA hattet ob ihr Vorhabt Erfahrungen damit zu haben ihr könnt gerne Fragen in die Kommentare reinstellen und an der Stelle würde ich sagen ich bin raus ich wünsche euch noch viel Spaß und ciao